um ich dass ich jetzt gekillte oder ist ich hab da 318 gerade gesehen ich hab da 79 gesehen die nur gut dann waren wir es beide das war ja ein schwerer bus ja ne es schwitzt total kaum zu ertragen dieser stress ne ne also ganz ehrlich wenn du den alleine machst dann ist der nicht so witzig also dass das jetzt alles so einfach aussieht und so einfach wirkt das ist tatsächlich nur weil wir zu zweit sind hallo kleiner deformierter pilz so ich entfach jetzt erstmal das leuchtfeuer hier schaden tut es nicht so ja hier hast du noch diesen pilz also diesen händler ich glaube den kannst du auch kaputt hauen wenn man was davon hat weiß ich auch nicht danke ich bin elizabeth guardian des sanctuaries etwas wie eine godmutter für die prinsess dusk ich werde dich am ehemaligen helfen ja was kannst du denn hier kaufen ach so ja hier gibt es ein paar zauber und dergleichen die glaube ich nur im dlc zu holen sind kann das sein es gibt ein paar zauber ja und ich wurde zweimal geschrieben jetzt stelle ich mich erstmal auf beschäftigt du verborgene waffe verborgener körper das sind aber nur zauber die nämlich das sind mhm mhm okay ja okay beschwören können wir uns erst wenn wir weiter gehen wir müssen hier raus gehen und du wirst das gleich so feiern wo wir sind also ich hab schon eben gerade den spruch gehört äh meseflames guide sie das feier ich ja jetzt auch schon total ab oh hier gibts ne leiche möglichkeit wo ist ne leiche und direkt am leuchtfeuer hinter so nem steinchen hinter nem steinchen ja auf der rechten seite ah hier ah hier ist ist äh im fach auch immer das das leuchtfeuer hier zumindest einmal schaden tut's auf jeden fall nicht alles weil die gegner die können können dir ein bisschen den arsch aufreißen unter umständen das sind doch nicht so meine lieblings gegner die hier rumlaufen gut also ich bin da wo wir uns beschwören können bei wem wollen wir zuerst mhm lass mich das mal so weit kommen ich würde sagen achso hier auf der brücke versuch's mit schlag ne ich kann nur treten äh ich würde sagen wir machen es bei mir zuerst boah ok äh wenn du jetzt weiter gehst dann kommt da so eine brücke direkt am an bin ich schon direkt am anfang der brücke kratze ich mich hin mhm wenn du jetzt mal ganz genau darauf achtest wo wir sind ne da wo es zu siv geht mhm seit ein paar jahre vorher ne tausend jahre oder so davor ja die zenten paar jährchen als das finsterwurzbecken noch nicht das finsterwurzbecken war ja sondern noch ein wald ja ja gut ich sag mal wenn man jetzt das eine gebiet schon kennt vor siv dann feiert man das hier natürlich richtig ab so hi ähm ja vorlaufen ist so ne sache ja dann ich sehe du freundest dich grad mit den neuen Gegnern an wo hülle ach die gehen doch du solltest hier höllisch auf du musst hier höllisch aufpassen hier laufen auch so ein paar fettklöße rum wie zum beispiel ähm ich glaub da hinten könnte einer stehen wir laufen hier am besten erstmal am landendrand wenn du verstehst was ich meine am rand entlang ja am landendrand habe ich doch gesagt den da könnten wir mal ziehen woher hitte ich die cool okay die sind also nicht so das problem wenn wir jetzt hier weiter gehen ich glaub ich hab jetzt gerade einen der Fettsäcke gesehen ja die da musst du ein bisschen aufpassen die können ganz die können richtig fiese Angriffe äh hier ist so ein ja etwas was in tausend Jahren auch nicht mehr stehen wird weil es so ein komplett verfallen ist mhm das ist übrigens betretbar okay äh wenn ich glaube wenn du hier hinter gehst hinter das Dings da müsste eigentlich noch was liegen und da ist später dann eine Abkürzung aber die kannst du von hier aus nicht aktivieren irgendwas ist gestorben irgendwas mit tausend Jahren auf jeden Fall da lag übrigens nix ach so ja dann war das in tausend Jahren ne also nicht im DLC naja gut ach so selber mal überlegen da hinten könnte was liegen hier könnte überall was liegen ach so und wenn du jetzt hier mal so Richtung Wald reinschaust da siehst du einen von diesen 40 Bum Bums ja die gucken uns gerade so ein bisschen hungrig an das mag ich nicht so da kommt er vorsichtig und heil dich mal bitte der zieht ganz schön am Leben der zieht auch ganz schön aus da richtig und wenn der so seine seinen Hammer im Boden hat weg weil wenn er den raus zieht hast du ja gesehen das macht so ne Ultra Druckwelle das zieht richtig was ab oh die will ich besiegen funkelt Titanit okay meinetwegen aber wie gesagt die sind vor allen Dingen das geilste ist ja immer wenn du mit den Leichen so ein bisschen rumspielst ja vor allem wenn man weiß die sind eigentlich total schwer ne ja das ist total bescheuert ähm Problem hast du dann allerdings wenn du zwei von den Pennern hier hast das kann richtig übel ausgehen äh vorsichtig nicht da runter springen ich fähre auf was anderes ich fähre auf was anderes 300 oh ist doch gut 200 wir sollten lieber ein bisschen auch für rückenfreiheit sorgen hier sind auch noch ein Faktgegner also da wo wir zuerst lang gegangen sind das ist auf jeden Fall ähm dann später die Abkürzung werden wir den Boss nicht schaffen so und jetzt musst du hier musst du aber aufpassen hier ist ein kleiner Hinterhalt aber da kommst du nicht hoch ne die die kommen dann nämlich runter gesprungen die da oben sind und die Stelle hat mich mal richtig abgefuckt kann ich den ja dann kriege ich ein Fokustarget aber nicht getroffen blutroter Mostklumpen blutroter Mostklumpen lassen lässt sich ist es ja nicht mein Problem so das ist nämlich der Grund warum ich hier immer richtig abgekackt habe erstmal da ist so ein Hinterhalt und dann kommt der Fetty und das kann wie du siehst nach hinten losgehen ey deswegen hatte ich eigentlich mal vor das DLC zu zweit zu spielen damit es nicht ganz so asozial wird ey diese Fücher ne diese hier mit den Schaufeln und so das werden glaube ich später die Bäume sein das kann sein ne weil die hinterlassen nämlich genau den gleichen Scheiß ja das ist Interpretationsfreiheit ne das Spiel da kommt er ja ich seh ihn auch gerade was ist da Gamaschen äh hallo tschüss ok ich glaube er hat grad den Drachen getriggert ich weiß gar nicht ob der dich ob das ne Falle ist oder so ob der dich was hat der vor keine Ahnung äh wir rennen auf jeden Fall nicht wie bescheuert hinterher das kann ich dir sagen ja wie gesagt vielleicht hast du es gesehen hier kommt eigentlich dann so ein so ein Drache ich weiß nicht ob der dir wirklich was tun kann ich glaube aber schon wenn du zu schnell auf die Brücke rennst also der sucht auf jeden also entweder ist er voll an uns vorbeigerannt hat uns wirklich nicht gesehen oder er ist doof oder hat was vor hm also ich glaube eher dass er zu blöd ist hm grauer Brocken und Funkeltiter ne da steht er ach das hat er vorgehabt der Penner und schön äh nicht hinterher wir können hier nämlich noch schön ein bisschen hier kannst du aber auch irgendwo einen Tod hier zum Beispiel kannst du den Tod fallen da kann man aber mal nicht rüber ich weiß aber nicht was es da zu holen gibt ah der Entweder geht mir gerade ein bisschen auf den Sack so hier gibt es nämlich auch ein Ausrüstungsset zu finden ja das wäre doch satt hm ich glaube das kommt das ist so ein bisschen wie Havel hm ich glaube das ist nüsse ja doch ich meine hier gab es ein ich meine hier gab es ein schweres hier diese Steinrüstung hier diese Steinrüstung ok 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 bye ok ok